Und somit, heute sind wir willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich schon lange nicht gemeldet, es tut mir leid, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich gehe jetzt mit meinem Vater und einem Kollegen durch den Motorrad fahren. Seitdem er noch nicht selber fährt, weil ich noch nicht 18 bin. Geht noch ein paar Monate. Ich sitze einfach hinten drauf im Motorrad und ich wünsche euch im heutigen Video viel Spass. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte jetzt zurück vom Motorrad fahren und habe jetzt per Zufall den Raffel noch getroffen. Hoi zusammen! Und wir waren noch schnell zuweil, haben noch etwas kleines gegessen. Und er hat sich jetzt noch so eine Gaming Lenker gekauft. Wie ihr ihn da unten gerade seht. Und jetzt gehen wir daheim installieren. Ja. Und das sehen wir jetzt auch in diesem Video und dann gibt es vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt, wo wir zusammen gamen. Imcultural Assumen und so weiter. Ja. Und wir sehen uns alle Uhr. Und wir werden uns in der Raffelung-Sachbar. Wir müssen uns die Hier haben, den wir ein bisschen mehr unterhalten. Und wir sehen uns wieder bei uns im eigenen Teilen. In der Raffelung der Raffelung zu machen und es gibt uns immer wieder auf den Raffelung. Und wir sehen uns im Hinblick auf alle Reifelung auf den Raffelung, gerade wenn uns alle recuerden auf die Raffelung. In der Raffelung ist und die Raffelung auf den Raffelung. Und wir sehen uns ja Юhe, die Raffelung und das Raffelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020